Peru News heute alles, was Sie über Peru wissen müssen. Lucia Arellano, jenseits der Krone, ein Vermächtnis voller Schönheit, Entschlossenheit und peruanischem Stolz in Miss World 2024. Auf einer Bühne voller Brillanz und Eleganz begeisterte Lucia Arellano, unsere geliebte peruanische Vertreterin, am vergangenen Samstag, dem 9. März, die Welt bei der Wahl zur Miss World 2024. Mit Anmut, Schönheit und einem Herzen voller Entschlossenheit schaffte sie es, sich unter die herausragenden zu zählen. Er ist einer der Top 40 und trägt den Stolz mit sich, sein geliebtes Land Peru zu repräsentieren. Lucia Arellano gab sich in jedem Schritt des Wettbewerbs vollkommen hin und stellte nicht nur ihre umwerfende körperliche Präsenz unter Beweis, sondern auch ihre Intelligenz, Eleganz und Ausstrahlung, die sie auszeichnen. Ihre Teilnahme an diesem prestigeträchtigen Wettbewerb spiegelte nicht nur ihre äußere Schönheit wider, sondern auch ihr Inneres, voller Werte, Entschlossenheit und einer echten Darstellung der peruanischen Essenz. Obwohl die Krone bei dieser Gelegenheit nicht auf ihrem Kopf ruhte, hat Lucia Arellano einen unauslöschlichen Eindruck in der Geschichte der Miss World 2024 hinterlassen und deutlich gemacht, dass ihre Teilnahme über Titel und Anerkennungen hinausgeht. Ihr Engagement und ihr Engagement für ihre NGO Semilitas de Belén haben den Namen Peru hochgehalten und uns alle daran erinnert, dass wahre Schönheit über die Oberfläche hinausgeht und sich im Charakter und der Leidenschaft derer widerspiegelt, die sich bemühen, seine Nation zu repräsentieren. An dieser Stelle möchten wir Lucia Arellano unseren aufrichtigen Dank für ihre harte Arbeit, ihr Engagement und dafür aussprechen, dass sie in jeder Phase des Wettbewerbs ihr Bestes gegeben hat. Ihr wertvoller Beitrag hat nicht nur ihre Landsleute in Peru inspiriert, sondern auch einen unauslöschlichen Eindruck in den Herzen derer hinterlassen, die das Privileg hatten, ihre umwerfende Teilnahme an der Wahl zur Miss World 2024 mitzuerleben. Lucia, vielen Dank, dass Sie eine vorbildliche Botschafterin der peruanischen Schönheit sind und den Geist und die Anmut ihres Perus auf die Weltbühne bringen. Ihr Mut und ihr Engagement verdienen Bewunderung und wir sind sicher, dass ihr Weg voller Erfolg und neuer Möglichkeiten sein wird. Peru ist stolz auf dich, Lucia Arellano. Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar und abonnieren Sie uns, um weiter zu wachsen und uns in unseren sozialen Netzwerken, Facebook, YouTube, Instagram und TikTok zu folgen. Peru News Today, folgen Sie uns auf Facebook und Instagram.